Mit der Shotgun kannst du halt nicht ganz so schnell schießen. Ich hatte geschossen, weil da waren auf einmal zwei Leichen und ich wurde vorher schon aus der Richtung angeschossen und dann habe ich auf den ersten geschossen, den ich gesehen habe. Gute Idee. Ich habe Karma verloren? Wen habe ich denn angeschossen? Mich. Hä? Voll viele Leute gerade nicht volles Karma. Ich glaube ich habe noch volles Karma. Ich habe auch wieder volles Karma. Ich habe wieder volles Karma. Aber ich versuche auch mittlerweile ernsthaft hier zu spielen. Ja, ich auch. Das ist... Ich war mit dann auch wegen Serien nicht so ganz sicher dafür, dann habe ich sie einfach mal leben lassen. Oha. Nova ist ein Schweintöter. Ich wollte gerade sagen... Moment. Ich wollte gerade sagen, Vorsicht, Nova will Leute schweinigen. Was? Wer hat hier geschossen? Ich denke immer da hinten, wo die ganze Munition ist, liegt eine Leiche. Ich wollte gerade schon sagen, Moment, wieso ist da einer tot? Hallo? Hallo? Es gibt ja diese nette Pete's Me Theorie, dass wenn jemand fragt, wer hat da geschossen, der Traitor ist. Also bitte nicht töten. Nee. Ich frage oft genug, wer hat da geschossen, ohne Traitor zu sein. Also... Ich krieg's einer nicht mit. Ich meine nur, es gibt diese Theorie. Mehr habe ich ja nicht gesagt. Ich kann sie aber schon mal widerlegen. Das ist ja auch mit unseren Knie. Er kommt auch auf die... Dö-Dö... Dö-Dö... Also auf die Spielerunde an, sag ich mal. Wenn... Nova hat das Schwein gelegt. Ich liebe das Schwein. Aber Schweine können Menschen töten. Aber Schweine sind toll. Nicht schweine töten Menschen, Menschen töten Menschen. Männer sind Schweine. Wo ist mein Schwein? Ich hab nur drauf geachtet, dass Karnes jetzt hier gerade keinen Quatsch macht. Der hat sich ihm angesneakt und er dachte, hier ist mein Schwein. Wo ist mein Schwein? Ich hab kalte Hände. Ich glaub, ich bin hier gerade einfach hinterher. Sorry, ey, ich bin nur mein Schwein. Messie rennt mir hinterher. Tut mir leid. Ich geh ja schon. Spannerei. Mensch, Leute. Hier wird geschossen, Kiki. 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 Ich hab sie. Na, Kiki? Lief nicht so, ja? Okay, ist Kiki tot? Ich glaub schon. Okay. Sie hat mitgenommen. Es ist Nova confirmed. Oh, sorry, 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 sorry. Ich wollte nur aus dem Fenster raus. Sorry. Okay. Ich bin ja eh confirmed. Hab ihr eh Kiki gerade umgebracht. Hm. Wollte nur nachsehen. Ach. Mann, warum werd ich immer grundlos angeschossen? Jedes verdammte Mal. Ich hab Seri angeschossen, oder? Ach Gott, hier ist ja sogar ein Traitor-Tester drin. Keine Ahnung. Meine Voraussagung ist, dass es... Hey! Du hast mich mit nem Schwein erwischt. Schwein! Schwein! Schwein, wie man schießt. Also ich sage voraus, dass es Nessie ist. Warum? Weil sie so ruhig ist. Weil sie so ruhig ist. Ich geh hier lieber... Ich häng hier fest, aber ich würde hier lieber weggehen. Moment. Irgendwann hat mit ner Shotgun geschossen. Das hört sich irgendwie so an. Ja, auf mein Schwein. Das hab ich gesehen. Ich mein, das ist quasi mein Schweiniger. No. Nicht mein Peiniger, sondern mein Schweiniger. Ja. Kurz ab. Okay. Ich meine die Gründung, warum ich denke, dass es Nessie ist. Okay. Wie es hieß, Kiki ist es. Es sind alle weggelaufen, bis auf Nessie. Die ist zu Öcken gelaufen. In die Smoke. Ja, weil... Der sah interessant aus. Du musst aber überlegen, ich hätte ihn auch einfach töten können, während die Smoke noch da war. Moment, der kackt grad ein bisschen ab. Das ist nicht schön. Ich bin mir sehr robotisch an. Das gehört zu. Robo-Style. Robo-Style. Sally, wollen wir uns das Schwein zuschmeißen? Exterminate. Ach ne. Terror Corner. Ach ne. Oh fuck. Ihr macht mir alle Angst. Nur, dass ihr das wisst. Wow. Nova. Ich glaube, das ist CTT. Ich bringe ich um. Ich hab ein Schwein. Ich hab doch schon Kiki getötet. Und ihr seid alle sehr seltsame Leute. Erst recht Nova, der mit dem Schwein rumrennt. Ich hab ein Schwein. Wir sind doch nicht seltsam. Außer Kiki und HBK sind auf jeden Fall auch noch alle am Leben. Ihr seid alle sehr seltsam. Warum ist das hier blatt? Gut. Ach, das ist Kiki. Ja, weil da die Leiche von Kiki liegt vielleicht? Das wusste ich nicht. Ich hatte die nicht gesehen. Ja, 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 ja. Ist klar. Vorsicht mit dem Schwein. Jerry, was machst du da rum? Wo ist es hin? Wo ist mein Schwein? Da. Hui. Hey, Kiki hatte noch zwei Credits. Ja Mensch. Ja Mensch, sowas aber auch. Die wollte ich aber haben. Ähm. Ähm. Holst du mich? Nein. Gut. Na Sari, wie geht's? Wir haben aber nur noch... Also, die Trader müssen sich beeilen übrigens. Nur als kleiner Tipp. 3, 2, 1, 0. Ist noch ne Minute. Power Time. Ist noch ne Minute, keine Hektik. Äh, ich glaub Karnes ist es. Äh, halbe Minute pro Toten, zwei Toten. Ja, okay. Keine Ahnung. Ist das nicht ne Minute pro Toten? Ich weiß nicht, ob man sich das... Nein, ne halbe. Halbe pro... Oh Gott, irgendwer hat gerade geschossen vor mir. Ist jemand aus dem Dach gekippt. Vom Dach gekippt. Ja, also, ich hab jemanden stürzen hören. Ja, ich identif... Jerry ist tot. Oh Gott. Sie wurde mit ner Shotgun getötet. Sie wurde mit ner Shotgun getötet. Sie wurde mit ner Shotgun getötet. Ich war's aber nicht. Ich war vielleicht in der Nähe mit der Shotgun. Ich war's trotzdem nicht. Nessie, ich sehe, wer ist gewesen. Nessie! Gar nicht wahr. Das ist gemein, dass du... Oh scheiße, jetzt hab ich die Waffe gewendet. Soll. Fuyumaus. Sie geht da, ist da... Ja. Das sah wirklich komisch aus, was du da gemacht hast, Nessie. Ja, das geht ja gar nicht. Ein bisschen... Ein bisschen sehr durcheinander. Hätt ich, hätte gerne geantwortet, aber ich weiß nicht, wie man chattet. Oh, oh. Ich wusste doch, dass Nessie ist. Ja. Ja, aber nicht, weil ich ruhig war, sondern weil ich... Seri, wenn du die ganze Zeit auf dem selben Punkt stehen bleibst, ist ja klar, dass Nessie weiß, okay, da steht Seri. Boom! Aber das sah wirklich brutal aus. Ich hab gerade so durch Seri durchgeguckt und mit einmal zack, kam der Schuss von der Seite. Cool. Die Map sieht aber auch wieder aus wie so ein Schlachtfeld, ja. Ich wollte es gerade fotografieren, da war es weg. Also screenshotten. Fotografieren! Was ist das? Fotografieren! Fotografieren! Da hat sich in einem Fotoapparat außen... Fotografieren ist ein viel schöneres Wort als Bücher. ...noch die Blender eingestellt, den Blitz vorbereitet, den Filter noch... Schön noch das... Schön noch das Brennpulver oben drauf und dann... Und dann so wie schon in der guten alten Zeit... Und dann noch der Weitwinkel-Objektiv, um ein schönes Panorama zu machen. Hallo Shireen! Hallo Seri! Hallo Seri! Hallo! Auf Seri ist Dete! Hallo spielt auch mit cool! Wer ist Hallo? Ich hab übrigens... Wer ist jetzt disconnected? Juli! Juli! Achso. Er ist die ganze Zeit hier mit drin im TS, aber spielt irgendwie gar nicht mit. Ja, er hat vorhin mal versucht raufzugucken. Keine Ahnung was dann war. Ich bin gefallen, hab Fallschaben bekommen. Seri ist Dete. Ich glaub es ist Dete. Karnes ist auf jeden Fall am Snipern. Hm? Ich behalte nur alles im Überblick. Karnes ist da oben, aber es sieht nicht so aus, ob er snipert. Nö, nicht wirklich. Wenn ich sniper würde, würde ich es so machen. Hey! Ja, was jetzt passiert? Da war ein einzelner Schuss, der ging knapp an mir vorbei. Ist gut, ich ignoriere es. Ich wollt grad sagen. Wenn ich an dieser Empfehlung vorbeischieße. Ich hab Fallschaben bekommen. Ich hab nur trotzdem erschreckt, okay? Ich muss echt wie der Crouch Jump üben, ey. Ich bin echt schlechter drin geworden. Oh, ich hab ein Insi. Hat mir jemand zugehört? Äh. Was ist los? Vorsicht, du wirfst genau auf mich Hilfe, wo käme ich hier weg? Alles klar, Nessi. Was ist los? Wow. Du bist aber noch als healthy. Das war knapp. Ja, ich hab auch nur fünf Abbezugen bekommen. Karnes müssen den Zon gesnipert haben. Hallo Seri. Ich hab nicht gesnipert, ich bin gar nicht mehr am Snipern. Was war jetzt mit Nessi? Ich hab's nicht ganz mitbekommen. Ich hab fünf Fallschaben bekommen. Ich hab ne Shotgun, Kiki. Achso. Ja, 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 ja. Wieso wurde... Ey, wieso... Ja, genau. Oh mein Gott. Ich hab ihn mit meiner Shotgun zu Tode gesnipert. Was denn? Wann ist der Team Kiki tot? Du standest da oben und hast gesnipert. Ja, und seit gefühlten drei Jahren bin ich jetzt nicht da oben und Sniper. Huiiii. Ich laufe auf das Zeug. Da ist irgendwas gestorben. Da ist irgendwas gestorben. Nein, das hat... Nein, 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 nein. Das war kein Tod. Das hat sich nach Päusengang nur so angehört. Ich sag doch, doch. Ja, Seri wurde vergiftet. Ah, Päusengang. Wer ist vergiftet? Seri. Okay. Oh, scheiße. Unser Dänen. Manova. Ich krieg hier nichts mit, wenn alle durcheinander reden. Ja, aber was Seri sagt, solltest du trotzdem mitkriegen. Das ist ja nicht so, dass du es nicht hörst oder so. Ja, dass das Kani zu spät... Ihr kennt mich doch. Naja. Ich hab mich gesehen. Wir haben uns nicht. Ja, gut, aber... Ich töte gleich einfach Kani. Es ist in der Hoffnung, dass er wirklich HP Kani gebracht hat. Hörte Kikis Mordlust. Ich brauch Leiffood. Kikis Mordlust ist normal. Das heißt gar nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich mich zuletzt gesehen habe. Das ist ja nicht so. Ich kriege wirklich töten. Sari, du kannst gerne gucken, meine Munition sind bei einem vollen. Jetzt ist gerade hier schon wieder jemand gestorben. Ja. Das war doch eine Serie. Ich sag doch, dass es Kani ist. Ja, das wird Seri gewesen sein an dem Gift. Ja, ja. Also Nest war's auf jeden Fall nicht. Das hab ich gesehen. Das kann ich sehen. Ja, außerdem hat sie gerade ja Ja gesagt. Wer hat Ja gesagt? Wozu? Du! Wozu hab ich Ja gesagt? Du hast... Wo kam der Schuss her? Wo kam der Schuss her? Was? Was? Ich hab Angst vor O'King. Wer? Der verfolgt mich schon die ganze Zeit so komisch. Wer? Wo? Was? Ich kriege ja nichts mit. Tut mir ja leid. Okay. Oh, eine Kitty ist tot. Ja, aber sie... Der Kitty hat letztes gesehen. What the fuck, Leute? Aber wir sind das Gleiche von Seri. Wenn sie... Sie muss ja jetzt tot sein, weil sie vergiftet wurde. Bei mir ist sie aber noch nicht... Also gefunden wurde sie ja noch nicht. Wer schießt hier? Was? Hast du das auch gehört, Shirin? Ja, ich hab's auch gehört, aber ich weiß nicht von wo. Was klang nach... War das eine Shotgun? Ja, das war eine Shotgun auf jeden Fall. Oh Gott, ich hab schon wieder Fallschaden bekommen. Shirin und Nessie sind auf jeden Fall gleich hier. Okay, Pinnova ist es nicht. Der tötet sich selber. Der kann sich nicht fragen. Ich trau euch beiden nicht. Ich trau euch beiden nicht. Also... Ich tu meine Shotgun weg, ne? Sonst heißt es gleich noch so... Okay! Au! Ich weiß nicht, wer oder wo. Nessie hat plötzlich auf mich geschossen. Okay, irgendwer in dem Haus. In dem Haus. Was? Ja, Nessie hat plötzlich auf mich geschossen. Hallo? Was? Ich krieg gar nicht so Mishilfe. Redet doch mal nicht so durcheinander. Ich erwachs nicht am Abend. Was denn? Ich geh einfach weg von den Füßen. Was für eine Leute? Das tust? Was? Oh Gott! Wieso? Warum hast du mich aufgenommen? Ich dachte, du warst Nobarn vorher, dass sie irgendwas geredet hat. Und ich bin... Ich krieg doch gar nichts mit, Leute! Ich wollte es einmal durchziehen. Ich hab ihn mit Olaf getötet. Ich brauche mich beinah mit. Ja, wenn ich sage, Karnis ist... Mann! Ich dachte schon, aber dann wegen der... Ihhh! 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 Ich bin ein kleines bisschen frustriert. Das hat man gar nicht rausgehört. Ich wurde geolahft! Ich wurde geolahft! Das ist auch offen ist! Auf den Kopf! Nessie, ich habe dich zuletzt gesehen, weil du warst hinten bei diesem Bootshaus. Da hatte ich doch gerade noch gesagt, du bist aber noch als Healthy und... Achso! Wie konnte ich das nicht mitbringen, dass du gestorben wirst? Keine Ahnung, ich habe sogar noch mit dir geredet. Ach, die Map ist das, lol. Die Map ist super. Okay, nächstes Mal, wenn ich jemanden in ihr des schieße, weil ich verwirrt bin, dann schieße ich ihn auch ganz des. Was meine ich, Hans? Äh, dass du mich nicht auf mich geschossen hast. Ich dachte, du warst noch am Umtreuen, weil... Ich dachte ja, aber dann hatte ich irgendwie, weil irgendwer irgendwas gesagt habe, gedacht, warte, stimmt das jetzt oder nicht? Serie, die Aktion war schon Selbstmord, also passt das. Ich dachte, ja kleiner Raum, Olaf will ich mal mit jemandem töten und dann ging's los. Bei mir ist das ganz gut so, ich gehe vor dem Haus, Nova legt mit Olaf los, ich bekomme einen Shotgunschuss in die Fresse, her über's Leben. Ich bekomme noch einen Shotgunschuss in die Fresse, 15 Leben. Ich hätte noch einmal schießen sollen. Du hättest ihn wirklich töten sollen, aber mir vertraut ja niemand, wenn ich Sarkanas ist es. Oh Gott, oh Gott, die Falle! Nova ist tot, Nova hat erfolgreich Sudoku begangen. Ich... Er hatte keine 4 mehr übrig, deswegen, er muss das tun. Ich suche jetzt erstmal irgendwas, womit ich mich verteidigen kann, weil ich glaube, hiermit kann ich mich nicht gut verteidigen. Das ist klug. Was? Das habt ihr vermisst, oder? Ja, ein bisschen. Ach, wie geil. Ich bin dumm. Ach, hier steht Feierfly rum, wie geil. Die Frage ist, warum du das jetzt sagst. Was passiert jetzt? Ich bin hier einfach runtergefallen. Oh, mich was sag. Ich meinte jetzt Shirin, weil sie die ganze Zeit gesagt hat, ich bin dumm. Ja, weil ich hier runtergefallen bin, ich bin hier hochgelaufen, da hab ich hier in die Seite geguckt und dann bin ich irgendwie hier in den Schlitz geraten. Halo 4 Poster? Das ist neu, echt? Echt? Ja, das war schon immer da. Die Dota 2 Poster sind auch früher schon neu, ja. In der Meinung, das ist schon die ganze Zeit da. Das sind auch neu Dota 2 Poster, das Borderlands 2 Poster ist neu. Ach, das war das dann Portal 2 Poster. Das stimmt, doch, das Portal 2 Poster war da definitiv auch noch nicht. Ähm, 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 Leute. Das Portal Poster war da schon, das Borderlands war nicht da, das Halo 4 war nicht da, die Dota Poster war nicht da. Doch, das Borderlands war da, das Borderlands war da. Ach so, ja, Nova ist ja schon confirmed. Hä, aber an das Portal Poster kann ich mich nicht erinnern. WTF? Also bei mir sah das gerade so aus, als wenn du auf irgendwas geschossen hast. Die Dota Poster waren auf jeden Fall da. Das Halo Poster ist wirklich neu. Nein, das Halo Poster war da, das habe ich gerade eben, also vor paar Stunden erst auf einem alten Screenshot gesehen. Aber was, hä? Ich kann mich aber nicht an das Portal vorstellen. Ich kann das auch überhaupt nicht an das Halo Poster vorstellen. Doch, doch, ich erinnere mich an das Portal Poster, das habe ich auch genug aufgeschossen. Ich habe Nova gefunden. Ich bin der Meinung, die Poster sind so, wie es immer sind. Ich glaube, es waren einfach alle da. Ach, dann, ja. Da in die Dota. Ihr habt einfach nicht so auf die Poster gearbeitet. Natürlich waren die Dota Poster da. So, nur gucke ich einfach irgendwann meine alten Folgen durch. Ist auch egal, wir haben alle lange nicht gespielt. Das Fire Mage war da, der Berserker war nicht da, Water Element war nicht da. Also das Borderlands Poster ist meines Erachtens aber wirklich neu. Nein, das Borderlands Poster war da schon immer da. Okay, ich habe es aber noch nie lange gespielt. Also ich bin der Meinung, alle Poster waren schon immer da. Ich bin auf dem Berserker und Berserker waren nicht immer da. Weil ich mir gerade einen Tee einschütte, deswegen. Oh, okay. Ein Tee-Tee-Tee? Ein Tee-Tee-Tee. Ein Tee-Tee-Tee. Ein Tee-Tee-Tee. Ein Tee-Tee-Tee. Ein Tee-Tee-Tee. Ja, ha, ha. Kannis. Ich habe ihn getötet! Kannis, okay. Okay, Kannis. Ich habe ihn getötet, hä? Kannis, tut mir leid, tut mir leid. Kannis war aber... Hä? Wieso hat Kannis auf mich geschossen? Wie du das gerade gefragt hast, war super. Ihr wisst, wie leicht ich zu verwirren bin mit sowas. Jetzt hätte ich dich doch längst getötet, Shirin. Okay, wo ist jetzt Karinus? Könnt ihr bitte Call the Date machen? Ich hab Karinus getötet, aber ich hab gedacht... Hast du gerade geschossen? Was? Wer? Ich bin total verwirrt gerade. Ich geh woanders hin, weil ich glaube, dass viele Leute auf mich... Ich hab auf Karinus Leiche geschossen, ich hab auf Karinus Leiche... Okay, es gibt bisher auch nur... Also es sind sonst noch alle da. Sorry, also ich wollte Karinus jetzt nicht wirklich töten, wenn er innocent war. Ihr habt zuletzt gesehen Kiki, ja alles klar. Ich bin hier weg. Ah ja, Nova ist ja okay, Nova ist tot, aber... Ah nee, er ist ja innocent, also... Nova ist auch tot, aber ich hab... Ah ja, wir sind ja neun Leute. Ja, aber Nova ist tot, weil er runtergefallen ist. Ja, ja, genau, genau. Also, wie gesagt, ich hab halt keines wirklich... Wie kann man eigentlich dieses Call the Date wegmachen? Keine Ahnung. Es geht mit der Zeit weg. Ah, okay, danke. Also jetzt bin ich verwirrt. Ich muss mal sagen, die Person hatte eigentlich schon relativ guten Geschmack hier. Die dann die Map erstellt hatten. Also ich mag das Portal-Poster. Ich mag, dass da vorne das Firefly steht. Da wurde jemand geschossen. Da wurde jemand geschossen. Ah, Seri! Das passiert! Was? Oh! Dass ich kein Deutsch rede, oder was? Wer? Wer? Gah! Seri! Oh, Mann ey. Okay. Da ist Shirin. Ja. Da liegt ne Leiche. Da liegt ne Leiche. Wo? Ja, hier liegt ne Leiche. Nein, das ist doch nicht nur, oder? Der ist auch runtergefallen. Ja, die meinte ich. Öking ist tot. Ja, die meinte ich. Wie meinte ich die Leiche? Ja. Moment, Moment, Moment. Wieso hat Shirin die Waffe gewechselt? Getötet durch ne Galil. Weil ich, äh, lieber die MP5-Levy habe. Weil ich, äh, lieber die MP5-Levy habe. Ich hab ne Farmers. Ich hab ne Shotgun. Was hast du's denn? Ich hab ne, äh, Sniper. Ich hab ne, äh, wie heißt die Shotgun? Die andere. Die, die sterben. Ah! Gesundheit. Gesundheit. Ich meine Güte. Okay, die Galil benutzt aber sonst auch keiner. Genau. Wen hat sie zuletzt gesehen? Also sie hat gesagt, Shirin hat halt gerade vorher kurz die Waffe gewechselt. Er hat zuletzt Shirin gesehen. Shirin hat die Waffe gewechselt, ne? Ich bin verwundet, weil ich davon runtergefallen bin. Mann. Riecht dich nicht so aus. Ich, will, ich, will, ich, also ich wurde heute schon so oft fälschlicherweise angeschossen, da darf ich mich ein bisschen aufregen. Das ist TTT, so geht das. Die Leute, chill doch mal. Shooter machen aggressiv, das weiß man doch. Ich wollt grad sagen, ihr seid irgendwie heute alle nicht so entspannt wie sonst. Also ich find mich heute sehr entspannt. Ja, bei, bei du, dich meinte ich auch gerade nicht. Ich wollt nur sagen, ich find mich sehr entspannt. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, ich bin entspannt, ja? Durchaus. Vorsicht, Feuer. Ich muss trotzdem nach dieser Runde kurz weg. Wer hat hier gewor... Stem! Okay, Stem. Stem? Sperry? Ja. Das ist ein toter Öcki. Vertrau sehr dem. Stem ist gerade runter zum Bett. Ja, hab ihn getötet. Ja. Jeder sagt, ich bin... Hey! Wer ist bin ich? Hey! Wer war der andere Treter? Was los geht? Shireen. Shireen. Die Tretschuhne ist der Mund. Shireen. Shireen, das wär eine sehr gute, äh, gute Schauspielung. Oh Mensch, Wummi gibt's auch noch. Aber ich fand, äh, mein Spitzname ist natürlich super. Shireen. Du lacht reinen. Tut mir leid. Ach, verdammt. Das war sehr schlimm wie kein Geschrei. Nö, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich fand's nur lustig, weil... Tschö, Glückwunsch. Bis gleich, Kiki.